Was ich für ein Glück eigentlich habe, dass ich eben Wirt sein darf, also dass ich Leute einladen kann, die kommen aus aller Welt zu mir und sie kriegen was zu essen und wir führen Gespräche und wir trinken guten Wein. Ich setze mich total gern nach so einem Abend hier ins Restaurant und dann setze ich mich so hin und meine Mitarbeiter lachen sich immer kaputt, weil ich sage immer dasselbe. Ich sage dann immer, schon geil, ne? Fertig.